Willkommen zu meinem Review-Video des Midea KSDD X6.32 WT Side-by-Side-Kühlschranks mit Gefrierkombination. In diesem Video werde ich Ihnen alles über dieses Produkt erzählen, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können, ob es das Richtige für Sie ist. Der Midea KSDD X6.32 WT ist ein geräumiger Kühlschrank mit einem Nettovolumen von 520 Litern, davon 338 Liter kühl- und 182 Liter Gefrierkapazität. Er hat eine Energieeffizienzklasse D und verbraucht 254 kWh pro Jahr. Der Kühlschrank verfügt über eine No-Frost-Funktion und einen Dual-Inverter-Kompressor, der für eine gleichmäßige Kühlung sorgt. Außerdem hat er einen 3-in-1-Wassereisspender und einen Wassertank. Der Kühlschrank ist in Dark Inox erhältlich und hat eine Höhe von 178,8 cm, eine Breite von 89,5 cm und eine Tiefe von 74,5 cm. Lassen Sie uns nun einen Blick auf die Merkmale werfen. Der Midea KSDD X6.32 WT verfügt über eine Allround-Kühlung, eine doppelte Steuerung und eine Superkühlfunktion. Er hat auch eine LED-Beleuchtung, ein LED-Display und eine Türoffenwarnung. Außerdem gibt es eine Urlaubsfunktion, die den Energieverbrauch reduziert, wenn Sie nicht zu Hause sind. Der Kühlschrank wird mit der WI-Nummer D55703080 geliefert. Jetzt, da wir uns die Merkmale angesehen haben, lassen Sie uns über die Installation sprechen. Ein Kunde berichtet, dass er für die Installation 30 Euro extra bezahlt hat, aber die Installateure hatten nicht alle notwendigen Teile dabei und die Installation war nicht sauber. Der Kunde musste den Kühlschrank selbst neu installieren. Wenn Sie also planen, den Midea KSDD X6.32 WT zu kaufen, sollten Sie sich überlegen, ob Sie die Installation selbst durchführen möchten oder ob Sie einen professionellen Installateur beauftragen möchten. Lassen Sie uns nun über die Vor- und Nachteile sprechen. Der Midea KSDD X6.32 WT ist ein geräumiger Kühlschrank mit vielen Funktionen. Er hat einen 3-in-1-Wasser-Eisspender und einen Wassertank, was ihn zu einer großartigen Wahl für Familien macht. Der Kühlschrank hat auch eine Nofrust-Funktion und einen Dual-Inverter-Kompressor, der für eine gleichmäßige Kühlung sorgt. Ein Kunde berichtet, dass der Kühlschrank erheblich leiser ist als sein alter Samsung-Kühlschrank. Ein weiterer Kunde berichtet, dass der Midea KSDD X6.32 WT im Vergleich zu anderen Marken wie LG und Samsung ein solideres Gefühl hat und die wichtigsten Funktionen wie Festwasser, Eiswürfel und Barfach erfüllt. Ein Nachteil ist jedoch, dass die Installation möglicherweise nicht sauber ist, wenn Sie sich für die Installation durch den Hersteller entscheiden. Ein weiterer Nachteil ist, dass der Kühlschrank nur eine Energieeffizienzklasse D hat und 254 kWh pro Jahr verbraucht. Zusammenfassend ist der Midea KSDD X6.32 WT ein geräumiger Kühlschrank mit vielen Funktionen, der eine großartige Wahl für Familien ist. Wenn Sie jedoch planen, den Kühlschrank zu kaufen, sollten Sie sich überlegen, ob Sie die Installation selbst durchführen möchten oder ob Sie einen professionellen Installateur beauftragen möchten. Der Kühlschrank hat auch eine niedrigere Energieeffizienzklasse als andere Modelle auf dem Markt. Wenn Sie jedoch auf der Suche nach einem geräumigen Kühlschrank mit vielen Funktionen sind, ist der Midea KSDD X6.32 WT definitiv einen Blick wert. Vielen Dank für das Anschauen meines Videos. Wenn Sie weitere Fragen haben, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar unten. Wenn Sie den Midea KSDD X6.32 WT kaufen möchten, finden Sie den Link in der Videobeschreibung.